Der Handlungsspielraum der EZB und der Politik in der Euro-Krise. Dazu jetzt der Kommentar von Alois Theissen vom Hessischen Rundfunk. Bravo, Europäische Zentralbank. Auch im Angesicht der Krise ist Ihre Spitze heute in Barcelona nicht eingeknickt. Keine Zinssenkung, keine neuen Milliardenspritzen für Spanien oder andere Krisenländer, keine weitere Flut billigen Geldes. Ganz anders die Politik. Immer lauter wird der Ruf nach einem großen Wachstumsplan oder Wachstumspakt. Und damit droht eine Kehrtwende weg vom harten Sparkurs und konsequenter Haushaltssanierung hin zu einer Wachstumspolitik aus Steuermitteln und damit noch mehr Schulden. Das Schlagwort Nein, schlimmer, das Totschlagargument vom Kaputtsparen und vom deutschen Spardiktat wird immer populärer. Richtig ist es deshalb trotzdem nicht. Nicht die mühsam durchgesetzte Sparpolitik der vergangenen Monate ist Schuld an der Wirtschaftskrise in der Eurozone. Ob Spanien, Griechenland oder Portugal, sie alle hatten schon vorher die höchste Arbeitslosigkeit in Euroland, waren wirtschaftlich marode. Wachstum auf Pump bringt eben keinen dauerhaften Wohlstand. Wer sich Milliarden leiht, hat kurzfristig viel Geld in der Tasche. Wohlhabender ist er deshalb noch lange nicht. Unmoralisch ist nicht die Sparpolitik, unmoralisch ist der mit Schulden erkaufte Wohlstand. Denn Zinsen und Tilgungen belasten über Jahrzehnte Europas Bürger. Nur ein Wachstumspakt kann Europa wirklich helfen. Nicht Konjunkturprogramme, sondern harte Strukturreformen, wie sie die Regierung Schröder in Deutschland gegen größten Widerstand durchgesetzt hat und denen wir jetzt das deutsche Jobwunder verdanken. Ein Wachstumspakt aber als Weg zu einer schmerzfreien Lösung. Er ist verlockend, aber leider eine teure Illusion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017